Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gemini Rue. So, wir wollten uns auf Baracus ein wenig umschauen. Ähm, und damit würde ich sagen, fangen wir an. Oh, ein Newspaper. Äh, fangen wir an, hier mal, äh, uns im Hinterhof hier umzuschauen. Vielleicht können wir mit ein paar der Leute reden hier. Mit dem Girl. Entschuldigung. Hey, kannst du mich hören? Hm. Hallo? Das Name ist Matthias Howard. Das bedeutet nichts von dir? Ja. Okay, lassen wir das. Das ist wohl eines dieser Juice-Opfer. Also von dieser Droge. Hey, kannst du mich hören? Die, die, ähm, Boryokudan. Ähm. Was ist das? Palate? Was ist das? Was ist denn das überhaupt? Diese Palate ist almost completely useless. Na gut. Ähm. Die, die Boryokudan, ähm. Kontrollieren. Weather to blame. The, der sauren Regen, äh. Rainscare cost yesterday has been pinpointed to the malfunction weather tower. Achso, okay. Engine is switching the tower off-flag for repairs. It's unknown. Ähm, in the meantime, there is no accident date for the weather tower. Go back online. Okay, das, der, ähm, Wetterturm ist gerade offline aufgrund des sauren Regens und, ähm. Joa, wird gerade dran gearbeitet. So, kann man mit dem Mädchen reden. Die scheinen ein bisschen fitter zu sein als die anderen beiden Lethargischen hier. Uh-huh. Why won't you talk to me? Can I at least know your name? You first. Uh-huh. Uh-huh. Okay. It's T- Asriel. Asriel Odin. Asriel Odin. Does that name mean something to you? You're Asriel Odin. That's right. Do you know me or something? No. But the Boryokudan do. And I take it you know the Boryokudan. They say you're a pain to them. An annoyance that keeps coming back. They say you were an assassin your whole life, but just recently you betrayed them all and now you're hunting them down as a cop. Is that what they say? Is it true? People say lots of things. Just because they said it doesn't mean it happened. You don't seem like an assassin to me. If you're really Asriel Odin, that is. You don't have death in your eyes. Well, any enemy of the Boryokudan is a friend of mine. Okay. So what do you want? What are you looking for? What are you looking for? It's just something I lost. Maybe I can help. Maybe you'll just steal it and keep it for yourself. Show me my face, please. Do you always hide your face? Only when talking to strangers. Can you do me a favor? What? I need a second person to help me with something. What? Just follow me and I'll show you. Go ask somebody else. Hmm. There's nobody else around here. Conscious, I mean. Help me find my card first and maybe I'll help you. Your what? It's a security card. I lost it in one of these dumpsters. It should say something like WTC2 on it. Alright. Alright. Hmm. Okay. That's a deal. Let's try to get your ID card. Hi, man. So what do you want? Have you ever heard of a place called Center 7? No. I mean... No. Do you know a person named Matthias Howard? No. Never mind. Do you know a person named Kane Harris? No. Never mind. Goodbye. This door will only open for apartment residence. Please use your residency card to verify your identity. No. No. It's empty. No. We can't see the code yet. I can't read the code yet but I can't ask the address. 33 86. Du musst etwas Tränen holen. Du musst etwas Tränen holen. Es ist fein und es gibt einen Schuss am Boden. Es sieht aus, dass alles, was in den Schuss fallen würde, durch das Schuss. Es fliegt durch den Drain. Es ist kein Grund. Ich kann es nicht öffnen und es gibt... Es sieht aus, dass es vorbei ist. Es gab eine Art ID-Karte. Es ist doch schön, was wir gefunden haben. Dann haben wir die ID-Karte. Entschuldigung. Ist das das, was du hattest? Entschuldigung, ist das was du hattest? Ja, dann hilf mir mal. Hallo. Ja, du wolltest mir helfen? Ja, du wolltest mir helfen? Also, ich glaube, ich kann. Was ist das wieder? Seid mir einfach. Wunderbar. Aha. Da läuft es mir hinterher. Das finde ich gut. No. Mal durch. So, denn... Vielleicht bist du ja schlank genug durch dieses... ...durch diese Öffnung hier zu kommen. Das wäre ja super. Super. So. Und zwar... ...versuchen wir... ...das mal so. ...durch. Hey. What? Go through that hole and search those boxes for me. I've got boxes labeled PQ1, SQ2, LSL5, CRS117, and MI2. What should I open? Ach, du Scheiße. LSL5. It's full of... I'd rather not say. Are you sure this is what you wanted? That's probably not it. Can you try again? Hm, was könnte denn... ...das hier sein? CRS117. There's some weird handheld device in here. Are you sure this is what you wanted? Probably. Okay, das ging schnell. There you go. There you go. Well, I'd love to crawl through more holes for you, but... Yeah, I know. See you around? Alright then. Until then, I guess. Wait. What's your name? Sayuri. 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 Now to fix these lockpicks. Ähm. So, das heißt, wir den Carbon Array Stabilizer. That won't help me. There's no way I could open it. Aha. Ja. One of the few items I have. Äh, wie ging das jetzt? Scheiße. That won't help me get... There's no way... Äh... Äh... Moment. Ach so, alles klar. Got it. The lockpicks are fixed now. Gut. Dann, ähm... Funktionieren also wieder unsere... Äh... Äh... Dietrich und... Und... This tool emits a beam that straightens out carbon material. Mhm. Mal gucken. Vielleicht kommt das... Vielleicht, äh... Kann man das nochmal irgendwo benutzen. Bin mir sicher. Ich glaube, er... sogar ehrlich gesagt, er nicht. Ähm... Ja, aber was kann man denn noch machen? Wo ist denn unsere Freundin hin? Ich hoffe... Also... Ich hoffe nicht, dass sie jetzt hier wieder Müll rumsucht. Würde jetzt ehrlich gesagt auch nicht so furchtbar viel Sinn machen. Muss ich ja mal gestehen. Das macht sie auch nicht. Joa... Dann lassen wir das. Ähm... Gehen wir doch nochmal zur Start-Screen. Hm... Ich frag mich, ob man diese Tür noch aufkriegen kann. Okay. Aha, wen haben wir denn hier? Ein paar Leichen... Ah... Der Schuch... Was... Ist das hier was? M... Magazin? Joa... Das nehmen wir mal mit. Hm... Sieht aus wie ein Magazin von guten Ammo. Ich werde es in den Rest meiner Ammo-Stasche geben. Hm... Können wir sonst noch den... Mh... Dann... Sollen wir mal hier die Leichen untersuchen. Wer haben wir denn da? Wer bist'n du überhaupt? Einer von den Boreal-Kudern. Einer von den Boreal-Kudern. So sieht er jedenfalls auch... Äh... aus. Du auch? Joa... Was? Ach, so'n... So'n richtig sympathischer Typ. Naja... Dann ist er ja... Auf'n richtigen... Ort gelandet. Und du? Ja... Noch so'n netter Typ. Entschuldigung. Das ist schön. Das ist aber auch schon ne ganze Menge. Dann können wir ja hier rausgehen. Hm... Frag ich mal was kann man mit der ID-Card anfangen. Hm... Vielleicht ist es Zeit, ähm... Mal in die, äh... In das Haus der Boreal-Kudern zu gehen. Wir wissen ja... Ja, die Adresse haben wir ja. Sollte kein Problem sein. Ist nur die Frage, wie wir dann da reinkommen. Ich überlege, ob ich dann vorher abspeichern sollte. Höhöhöhö. Man weiß ja nie, was hier passiert denn im Spiel. Äh, guck mal hier. Das war grad so auffällig hier. Ja, hier, nimm mal, ne? Hm... Sieht aus wie ein Magazin von guter Ammo. Ich werde es in den Rest meiner Ammo-Stache addieren. Mal in die Dauer anschauen. Das war mir ja... Das wusste ich nicht mehr, dass hier, ähm... Munition rumliegt. Hm... Naja, aber so viel... Naja, gut. Wenn uns noch... Ich halte die Augen mal offen. Wenn uns was begegnet, dann... Dann ist es gut. Und wenn nicht, dann ist es halt... Ehrlich gesagt ist mir das dann auch egal. Gut, dann... Können wir mit dem Typen hier reden. Was ist das hier für einer? Yes? Moment. Was wir auf jeden Fall vorher nochmal machen sollten... Ist, äh... Sein Name war Winston Lucas. Dass wir wissen... Ah... Ach, warte mal. Bevor wir dann da reingehen, lass uns doch noch ein paar Informationen über diesen Winston Lucas holen. Dann... ähm... Benutzen wir nochmal kurz dieses Terminal. Das kann ja nicht schaden. ID-Card... Äh... Moment, 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 Moment... Kann ich denn, ähm... Mach ich mal so... Hm... News... Database... News... Ah... Two missing... After a shootout in New Pittsburgh. Yesterday evening reported gunmen escaped from authorities. Some say jumping ship back to Taurus. Okay. Ja, Map ist mir echt egal. Ah... Communicator. Nehmen wir den nochmal. Mafia Address. Ne, wie ging das nochmal? So, ne? Ne, was... Ach so, ähm... Ne, da brauchen wir noch gar nicht. Ach, mach mal so. Alter, was ist denn los heute mit mir? So... One match found. Äh... 32 Jahre... Verstorben... Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Kriegen wir kein... Kriegen wir nicht mehr Informationen darüber? Haben wir sonst noch irgendwelche interessanten Dinge? Ähm... Nö, haben wir nicht. Na gut. Wir können natürlich mal gucken... Ob der... Ähm... Verkäufer hier... Über diesen... Etwas über diesen Namen weiß. Das finde ich auch sehr interessant. Wir können grad mal hier gucken, ob hier vielleicht wieder so ein Magazin rumliegt. Tut's aber nicht. Was brauchst du? Wissen Sie einen Winston Lucas? Was? Schaut ihr ihn an? Vielleicht... Ich hab dir vorhin gesagt, check die Terminals. Das ist alles. Ja... Will er mir oftmal nicht so viel sagen. Ja... Dann gehen wir mal wieder zurück. Wir reden davor mit dem. Was soll schon passieren? Du brauchst was? Ich brauche etwas Informationen. Wer hat dir das? Äh... Weiß ich nicht. Äh... 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 Wer denn? Der? Vince Wesselman? Never heard of them. Ich auch nicht. Hab ich grad ausgedacht den Namen. Need some? Oh... I wanna join the Borio Kudin. Never heard of them. But you standing in front of their front door. Right?